Jetzt ist der Fahrstuhl da, oder was? Gibt es denn hier ein schönes? Aha. Impact. Hallo, Kollege. Ich will doch noch spielen. Irgendwie doof. Aus irgendeinem Grund ist es überlegt. Komm, und was? An mit dem Ziel ist es immer noch nicht so viel mehr. Guck. 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 ausprobieren geht gar nicht anders da oben ja wo schießt du hin Junge alle das sind keine leeren wie viele anbieten hier getötet der Expo schießt du hin Detektiv Winterson Sie werden nachlässig Sie haben es versaut ihren Tod kann ich nicht akzeptieren das können sie besser ich tat so als wäre alles beim Alten aber seit dem Moment als die Aufzugtüren sich öffneten und Mona enthüllten war alles anders Ernie Finn war lizenzierte Waffenmeisterin und Waffenhändlerin ok das Gelände gehört Wladimir Lem drei Gruppen eins Tote mit Verbindung zur russischen Mafia identifiziert als Fins Angestellte zwei die Mafia selbst und drei die Clowns in den Klamotten von der Reinigungsfirma Sie erwähnten einen Namen Kaufmann das ist schlimm und das ist erst der Anfang das gefällt mir gar nicht ihrer Pain es ergibt keinen Sinn für sie Winterson Mord Sebastian Gate das wird in allen Nachrichten sein der Senator Winterson war die ideale Polizistin jemand zu dem man aufsehen konnte auch Bravura wusste das wir hatten Glück es gibt einen Augenzeugen sie sah mir über die Schulter wie ein Engel oder Dämon und flüsterte Warnungen ich wollte nicht hören Mona war die Verdächtige in Wintersons Fall ich sagte nicht dass ich sie gesehen hatte behielt es für mich vielleicht war es weil sie lebte als alle um mich herum starben die Schuld des Überlebenden weggewaschen Detective Wintersons Apparat geben sie her ihr Freund die Computersuche für die Squeaky Reinigungsfirma und Kaufmann hatte kein Ergebnis ausgespuckt Dunkelheit im Inneren Kapitel 2 ich musste mit Vlad sprechen wollte ihm die schlechten Nachrichten von Annie Finn überbringen Vlad hatte den alten Nachtclub Ragnarok gekauft er renovierte ihn zu einem Szene-Restaurant dem Wodka Monas Erscheinungen hatte alles durcheinander gebracht Schizophren ich fühlte Freude und gleichzeitig Angst dass alle Gespenster mit ihr zurückkamen und ja Vlad! Was? 911! Böse Jungs mit dicken Knarren die haben mich in der Reingangstalle invidiert ich könnte Hilfe gebrauchen und zwar jetzt er macht doch die Tür auf zu Vlad suchen Keine Zeit Unterstützung zu rufen Nein! Ich ging durch die Hintertür rein In den Schatten lauerten Erinnerungen ein frühere Besucher ein muffiger Gestank und einer frischen Schichtfarbe Spitzer diesen Gentleman darf ich vorstellen Max Payne New Yorks Elite-Bulle hat mehr Gangster erledigt als sonst wer Verirrte Gäste machen Sie sich bereit Sie sterben Max ich würde Sie gerne begrüßen aber hier ist alles drin Oh Halt um! Jetzt müssen wir mal gucken was da unten war Mh mh Ja das ist relativ unbekannt aber der gute Max ist ja verwandt mit dem Dr. House sein Onkel Jemand sprach auf der anderen Leitung Den guten hier werden wir noch sehen Keine Sorge Baby Ich bin in Ordnung Wann ging es mir schon mal nicht gut Max ist jetzt hier Kennt uns Ich rufe dich an wenn's vorbei ist Ich liebe dich Baby Vlad war der perfekte Gentleman beruhigte seine Geliebte Es war definitiv nicht Annie Hallo Ich will nochmal in den Clubraum kommen Mh Mike the Cowboy Hey Sie sind Max Payne? Schätze ja Max Ich bin Mike Wladimers Freund Sie sind der Zereb Wollen wir hier einen Boss da raus bevor er uns alle zur tode gequatscht hat was also nicht bringen oder was aber es ist mir leid ich hätte gerne eine waffe die wollten nicht anders folgen sie der spuren das ist nicht meine freundin das ist nicht meine freundin Um sie zu retten, muss Captain Baseball Bad Boy massenweise Diener des Dämonen besiegen. Fiese Zombie-Dämonen aus dem Weltraum. Was ist denn, Kollege? Akt ist gemütlich, wollte er was zu trinken. Das Geheimelager von Maxwells Dämon finden? Das erfahren Sie in der nächsten Folge der Abenteuerung von Fall Bad Boy. Ach komm schon. Oh. Mach jetzt bequem. Oh ja. Was ist denn? Wie geht's los, oder? Oh, Vladimir, hallo. Ja, hallo. Ja, ähm, ich glaube, das verschiebt sich ein bisschen, Kollege. Nein, nicht bitte. Und dann die Apokalypse, now. So kam ein echt hartes Zeug, ja. Halt die Klappe. Nimm einfach alles mit. Lass sie denn weg. Sie sind hier. Ich habe das Gesetzesamt. Oh, 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 oh. Ja, du hättest ja auch welche rufen können, Junge. Oh nein, der liebe Max, ne, der macht lieber hier einen aufs Solo und verbrüdert sich dann lieber mit einem, mit einem Kriminellen. Ich hätte da ne Idee. Huch, Junge. Boah. Mein, der erste. Oh, oh, klappt da eine Granate geschnitten? Ne, Molotow. Geh rein. Boah. Ah, das steht doch nur am Weg. Gut denn. Ich habe mich herrlicher Musik. Aber mein Munitionsvorrat ist begrenzt. Ja, bitte, ich bin ja schon noch am Weg. Seit wann lassen wir uns eigentlich von diesen Gangstern sagen, was wir zu tun haben? Geht's da hin? Okay. Ah, wo bist du? Oh, komm, oh, wirklich? Also so tief war das jetzt nicht, ne, oder? Finde ich nicht. Oh. Oh, komm schon. Oh, ich hab grad gesehen, sie haben auch im Vergleich zum ersten Teil ein, ähm, ja, muss man zweimal drücken zum Laden. Sollte es uns nicht mehr passieren, dass wir wieder aus Versehen laden. Was im ersten Teil doch ein, zweimal vorgefallen ist. So, speichern wollten, um geladen haben. Guck mal ein paar. Den Killer. Was hat Mona jetzt mit dem Ganzen zu tun? Was, 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 was denn? Was denn? Ach, ist denn hin zu der Bühne? Wenn ich mir die immer noch bedienen kann. Und? Was? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wann die Typen? Ja, oh, oh. Du wirst Treppenhörer. Dann war schon der Übelst du hab. Oh, äh, hallo. Ich glaub du bist nicht schon weit gekommen. die haben wir nicht mehr lange aushalten wenn es nicht schon zu spät war er soll mal nicht so einen stress machen ja da doch einfach die polizei gerufen würde vielleicht mehr kommen als einer der gute max hat ein bisschen verstärkung mitgebracht das ausschießen würde die die bühne wieder bedienen das ging doch im ersten teil es klappt zwar auf der anderen seite hier sind wir hergekommen wir werden auch dort runter gekonnt ok was war schon das ist nur ganz kurz was gucken und zwar was vorgeschichte ich hätte gern dass da nicht immer die waffe wechselt wenn wir eine aufheben wie bullet time hilfe untertitel aktiviert ja das guter machen das lesen sie die bislang gefühlt ist er nicht weiter schnell an ja automatischer waffenwechsel da ist es doch so nämlich doof wenn die wenn die ak leer ist und wir haben keine die genannt das haben in ak einem wechselt der auto war nicht auf die ak passt mir jetzt nicht so ganz eine menge peter vielleicht werde ich wieder schmerzmittel ich weiß natürlich nicht ob das so leicht bleibt aber für den fall dass es nicht schwerer wird könnte man ja eigentlich ich man sieht und im höheren schwierigkeitsgrad spielen wir können ja beim ersten mal nur leicht aussehen also detektiv wo bist du die büte aber es ist leer normal ja amtland wo ist ein vladimir jetzt radimir so 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 irgendeine extra-Taste die Werfischkanotten, ähm der unten steuerung kampf das beste waffen wählen die ok hat wohl dass das können wir gleich mal ist das üben muss weg das kann eben und das wird mir genau das immer das nicht die waffen wechseln wenn ich mal meintet es wird ein bisschen wie fertig ist sekundärer angriff oder maustaste wenn man maustaste 4 und doch maustaste 4 müsste ich gehen so alles hallo ein paar pinkeler Prozent Wacht und Bordel ich glaube wir brauchen keine höheren Schwierigkeitsgrad auch mit ihr könnt man speichern und nicht so cool hallo leute ja bin auf dem weg noch mal keinen stress also nicht mehr lange aushalten wenn es nicht schon so natürlich praktisch und schon weiß wo die kinder stehen ich werde mal das team overlay vielleicht ausmachen das könnte bisschen spüren oder wenn ihr dauernd irgendwelche dinge eingeblendet werden hallo ob wir neben mir so immer speichern hallo jetzt habe ich die kanade was passiert hier müssten das wer hat euch doch nicht so ist schon ziemlich unhöflich muss ich mal so feststellen mal öfter speichern und nicht so viel machen müssen hallo ne den russen lasst er schön leben oh wie die ganzen Müll vom alten Club wie haben die das hier reingekriegt das das muss mir jemand erklären das muss ich sagen das muss ich sagen das zwischen speichern Boah, von wo denn überall? Ach, kommt schon! Okay, ich habe so das Gefühl, die Schwierigkeit der Detektive reicht doch aus. Amex, dann noch mal schießen, bitte. Darüber haben wir doch schon ausführlich diskutiert im ersten Teil, oder? Das sind die König so viel Munition und Spahn mit einfach mal hinschießen, wo du hinschießen sollst. Winni-Kognitik, den kennen wir doch, oder? Ihr versucht es ja nicht einmal! Lad mir lernen! Durchhalten, Vlad! Ich komme! Max! Oh nein! Nicht der! Fuck, fuck, fuck! Wora wartet ihr? Kreist ihn ein und tötet ihn! Leg den Bullen um! So wie deine Hände zittert, könntest du keinen Laster treffen! Weil die Schäden jetzt seit 10 Minuten voreinander und schießen aufeinander und kein... Und keiner trifft den anderen? Oder wie soll ich das jetzt gerade verstehen? Ah, guck mal, die Kollegen sind auch eingetroffen. Oh, der Eingang vom Club! Fuck, das wirst du bezahlen, Rose! Bitte bezahlen! Bleib doch hier! Ah, Party fängt doch gerade erst an! Mein Retter! Ich könnte Sie grüßen! Winni-Kogniti, ein kriminelles Superherrn? Er erledigt alle, die er als Konkurrenz auf dem Waffenschwarzmarkt ansieht. Dieser kleine Mafia-Boss hat einen Deal mit einem mächtigen Partner. Womit verdienen Sie nochmal Ihr Geld? Pfadfinder Ihres Wort, Detective! Ich habe mich geändert, ich bin jetzt ein besserer Mensch. Das Wodka wird das beste Restaurant der Stadt. Ich werde reich und berühmt. Annie war eine Prinzessin. Sie haben sie grundlos getötet. Haben Sie Ihre Hand gerade eben verletzt? Heißes Date gestern. Kann ich Sie einladen? Tun wir so, als wäre ich im Dienst. Ja, genau. Endlich zu Hause. Etwas in der Nacht fühlte sich an, als wäre eine Tür geöffnet worden. Ein Echo der Vergangenheit. In den Tiefen meines Hirns schlug ein Monster die Augen auf. Wenn man die Augen schließt, muss man die Dunkelheit im Inneren ansehen. Und jetzt, Adresse unbekannt. Ich hatte schon lange nicht mehr geschlafen. Mein Kopf war voller Albträume. Ich war Gefangener eines Albtraums. Mein böses Dupel hatte mein Mädchen genommen. In einem Albtraum trifft man nur falsche Entscheidungen. Auf der Suche nach ihm war ich in eine alternative Realität geraten. Noah York City. Nachts wachte ich auf und fürchtete, der Tag sei nur ein Vergessenabtraum. Das ist unser Zuhause. Er war der Teufel in Person. Nein, nein, das ist unser Haus. Jemand schob einen Zettel unter der Tür zu euch. Es war ein Hinweis. Ich tauchte in ein Geheimnis ein. Wollte ihn schnappen. Mein Mädchen finden. Sie rennen. Oh na. Wieso ist der Hinweis? Bild von Mona? Seltsam. Sehr seltsam. Max, Alter, räumt mal die Bude auf. Eine Pflanze vertrocknet. Aber ist das dasselbe Haus? Nein, ich glaube nicht, oder? Als ob Max solche Hosen anziehen würde, wäre ehrlich. Sagst du das selber nicht? Nee, ist nicht mehr dasselbe Haus. Die Hero Cops. Naja. Die die Wahrheit wüssten, dann würde da ganz andere Schlagzeile stehen. Okay, wir haben bloß noch ein Apartment. Aber gut, das kann man natürlich verstehen, dass Max dort nicht mehr wohnen will. Ein besseres Apartment hätten wir uns schon suchen können, oder? Ein bisschen. Ich meine, als New Yorker Kopf verdient er doch ein paar Fänge mehr eigentlich, würde ich behaupten. Ja, ich habe die Hoffnung, dass da noch irgendwas aufgeht. Ich weiß, aber nicht, ob das wirklich so ist. Denn ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich den zweiten Teil jemals durchgespielt habe. Ich weiß, als es neu war, auf dem Rechner lief das nicht gut, den wir zu dem Zeitpunkt hatten. So, bevor wir runtergehen, machen wir eine ganz kurze Pause. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Bis gleich.